Ja, meine Leute, der Ota kann es nicht abwarten und kreit sich hier schon die Münzen. Es ist Sonntag, das bedeutet für euch wieder eine neue Folge unseres Koops. Ob das heute die perfekte Synergie wird oder Ota den Nervenzusammenbruch erleidet, das sehen wir jetzt. Ich bin mal sehr gespannt. Okay, ich vermute, du musst da rechts rüber. Auf das Plateau. Und du musst auf die Hüftburg. Und ich mach die Hüfti-Hüfti. Die Frage ist, wer muss den hier holen? Du holst den unten? Bleibt der Schalter unten permanent? Dann können wir den ja schon mal betätigen. So, noch auf unten? Heimschalter? Der bleibt permanent, dann lass das doch mal. So, du gehst runter. Bleib mal rum. Runterfallen ist ja leichter als... Ja, okay. So, du wirst verstanden, was ich von dir möchte, ne? So, runter und dann wieder aufs Trumbulli oder was. Richtig. Wer holt den? Oh, ich. Schieß mich! Schaller dich hoch. Alter, first try. Ah, jetzt muss ich trotzdem... Frage, jetzt musst du dich da oben fangen, wahrscheinlich, ne? Was komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Äh, ja, du kannst, wenn du springst, als kleiner, kommst du fast an die Kakteen oben drin. Freckt! Guck mal, was da oben für ein Tier ist, René. Gaseier! Mein Lieblingstier. Was ist das hier? Äh, das ist schon mit dem Plateau. Oh, nice! Oh, ich krieg's! Oh, ich hätt' ich zerfacken können. Mehr Gaseier! Da komme ich nicht gegen, du musst mich nach ganz links fahren. Mehr Gaseier, die Nesten da. Ein Gaseier-Nest. Oh, krass. Jetzt gehst du oben drüber. Ah, 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 okay. Was, ah, 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 okay. Du musst mich? Ich schleudere dich dagegen, dann machst du dich fett und wirst davon erschlagen. Richtig! I like it! Du hast dich zu früh fett gemacht. Oh nein, jetzt kommst du... Ah, du hast ein Rampolin dahinten, das hab ich nicht gesehen. Mach dich nicht zu früh fett, flieg doch erst mal. Ich bin gerne fett! 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 Nein! Mach's noch! In dem Moment, wo ich abspring, macht er mich fett. Oh, das war mal ein fastes erstes Level. Uuuuuhh! Kanion! 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 Na komm, jemand wird sich viel weiter machen! Warum hast du immer mehr Münzen? Kannst du damit zusammenhängen, dass du mich die Hälfte der Zeit umwächst und meine Münzen einsammelt? No way! Kannst du damit zusammenhängen? Nein! Würde ich nie tun! Nee, machst du auch nicht! Stimmt! Du bist auch mein Lieblingsbruder! Ich hab dein einzig, guck mal, ein Gaseier. Nee, das sollte ich sagen, ein Gaseier-Baby, aber der ist einfach nur weit weg. Wir müssen den gleichzeitig da hoch schießen und... Ah, warte, man muss das wahrscheinlich genau gegen die Wand ziehen. Muss fett sein. Mach dich fett, wenn du dagegen gehst. Dann muss ich das gleiche machen, okay? Warte! Ah, falscher Rhythmus. 3, 2, 1... Achso, du springst von hier her, das verwirrt mich ja noch mehr. Mach mal! Ja, dann bin ich noch später, okay? Ich muss mit dir gleichzeitig abspringen. Ich weiß nicht, wann du springst, weil du... Lass mal bitte von hier beide abspringen. Sonst hab ich gar kein Timing. So, 3, 2, 1... Warte, hab ich hoch! Okay. Alles Falsche. Juhu! Juhu! Ja, dass du mich da fast umbringst. Ich geh mal auf das Plateau, wenn du das Ding einsammelst da. Das Geräusch! Das Geräusch! Warte, jetzt glaube ich. Okay. Ich hab dich nicht. Oh, okay. Muss ich dich hochwerfen wahrscheinlich. Bleib doch da! Ich muss dich doch hochwerfen da! So, ich dachte ich komm zu dir und du schmeißt mich von da aus rüber. Achso, ne. Okay, du kommst zu mir aufs Trombolin. Okay, okay, okay. Ich komm zu dir, glaube ich. Glaube ich. Oh! Ja, da war ne Ecke zu früh eingesammelt, befürchte ich. Weil ich musste noch warten, bis ich aufs Trombolin rüber konnte. Spät, spät, spät. Noch später. So, was mach ich? Einfach blind geschwommen so. Wo wird die Plattform schon sein? Ja. Warte, da war eine Ecke. Da war eigentlich vom Timing her genau richtig, aber ich war eine Ecke zu spät. Ja, dann müssen wir von hier werfen scheinbar. Ja. Okay. Aber ich hatte Unrecht. Ja, sag ich doch gar nicht, ist doch alles gut. Jetzt hast du das Timing verkackt. Silber Timing verkackt. Ja, ich warte noch mal. Warten, warten. 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 Die Plattform braucht zu lange, um da hoch zu rotieren, wenn du so früh. Ja, ja, ja. Früh bist du musst noch später sein. Ja, aber war wieder recht früh. Wenn du mich nach vorne sagst, habe ich. Ja, ich weiß, aber ich stehe vorne an der Kanton voll runter, wenn ich weiter nach vorne drücke. Da war ich nicht bereit für. Reflekte. Wo werde ich dich hinwerfen? Zu dem Gaseier. So, jetzt musst du um das Trambolin. Da muss ja. Anders geht's hin. Hä? Muss anders gehen, das reicht ja niemals. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Geht's hin. Kannst du mich mal ... Ach nee, ne Moment. Alles gut. Dein Gaseier-Buddy. Ja, ja. Die sitzen hier überall. Ach der für'n Geräusch. Oh, oh. Oh, warte. wollte ich schon immer machen du netter mensch ja lowrider ist sich einfach zu töten schmalen schacht und ich bin so groß machen ich könnte ihn groß machen ich springe ich könnte ihn groß machen wir im final ist ja ich glaube die können das nicht counten wer wen ob du mich gekillt das oder ob ich mich selber gekillt hat wegen unvermögen ja das ist ja auch dann unsere aufgabe das geht nicht andere muss den anderen da hochwerten da habe ich einfach nur zugeguckt du lebensmüder mensch so jetzt musst du mich da fangen tschüss fang mich ja ich kann dich da drunter nicht aufheben mein fehler wir sind tot ich hätte ich wiederbeleben müssen dann hätten wir das leben nicht verloren ich bin nicht böse ich höre ich bin enttäuscht ich bin nur enttäuscht einfach nur enttäuscht unser schmerz nein egal egal jetzt haben wir alle chancen ich denke nicht dass es so gedacht ist dass man permanent stirbt aber ja doch ich glaube schon ist es der way we roll oh nein gib dich boah wie du mich wieder umbringen wolltest i hate you so much äh wie zur hölle du musst zurück und dich das machen lassen das ist doch gleich hoch das traurig ich weiß es glaube ich weiß es traurig zurück ich werde jetzt weg fahren und drauf springen ja genau oh no oh no no wie habe ich das überlebt du lebst wieder ah ich muss ein bisschen du brauchst glaube ich gar nicht springen du brauchst nur bouncen und am höchsten punkt werfen du brauchst mich ja leicht nach oben ok jippie oh nein die fährt weg ich bin ich nicht der richtige für den job ja ich komme ja ich komme ja ich komme da brauchen wir jemanden mit jüngeren reflexen oh als kleiner geht das ok du fliegt viel zu high wenn du als kleiner auf dem trombolin alter ich bin ich bin so high das glaubst du gar nicht nein finger weg von drogen ok 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 komm mal her ok ach so ist aber nur dafür da damit das dinge hier durch fahren können ok oh du das roi ist roi du musst auf hunden ich muss dich da fahren kurz zeit deine münze zu genießen so oft komme ich nicht dazu was für ein drachenskletting unten das ist obviously reden und sachen machen ja ich mache mich selber groß beim springen und ich beschwere mich nicht so und ich würde sagen weil das jetzt das finale level ist das letzte level vom canyon ne geht die folge über länger oder ich würde auch sagen das war das letzte level vom canyon noch machen und dann können wir in der nächsten folge ins vierte kapitel starten dann let's go mein kleiner grüner kaktus steht draußen am balkon holo 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 ich glaube einer muss da hoch ich glaube er hätte das von drüben machen müssen es geht doch von hier all das recht okay johannismo genau warum bin ich denn wieder lass mich doch mal hier meinen sprung machen du alles gut du musst richtig werfen ich will dich werfen ok ah hier rüber und jetzt Machst du dich fett? Ah, warte. I see. Oh, le-tai- Oh. Le-tai-min. Und go! Hey. Ich glaube, du musst ein Stückchen weiter vorne. Ich bin gegen die Decke von dem. Gib mir. Schwierig ist das ja. Wenn wir da drunter stehen, wirfst du mich direkt nach unten irgendwie. So? Ah, le-gut-stuff. Oder le-gut-stuff ist französisch für der gute-stuff. Ah, okay. Wow! Nein, oh nein. Werf ich nach vorne. Werf ich nach vorne gegen die Wand. Ich senkrecht gefallen. Weck. Oh. Ich tue mich immer unangemeldet. Großer, klein, was kurz bevor ich den Sprung machen möchte. Nein, oh nein. Und do it. Man könnte meinen, langsam kriegen wir's rein. Aber ich will nicht zufrieden sagen. Ups. Ah, muss man erst. Okay. Warte, wir warten. Wirst du mich hoch, oder? Ich wollte ihn die werfen. Hä? Ach so. Wir gehen beide da drauf. Okay, aber das müssen wir werfen ja auch funktionieren. Jetzt soll ich da runter springen im Dick. Ja, mach mal. Du müsstest dich da hochfliegen. Vielleicht nicht ganz. Ah, jetzt hättest du dich dick machen können nochmal. Ach, ich mach den höchsten Punkt dick. Aha, und dann kannst du rüber und dann... Okay, okay, okay. Schieß mich hoch. Nimm mich hoch, Scotty. Du bleibst da um. Nein, 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 nein. Warte doch da oben. Dann ist es doch noch einfacher. Man hat verkackt wieder. Nein, 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 nein. Ah, und dann hätte ich mich nochmal groß machen müssen. Ah, see, I see, I see. So, aber wenn du mich jetzt von da aus... Jetzt runter. Jetzt ich dich. Jetzt du mich. Und jetzt ich dich nochmal. Mois. Bleib da hoch. So, jetzt kann ich dich von da... ...hier direkt hochschießen, oder? Ne, wenn das Ding... ...jetzt komm. Ta-da! Canyon! Easy Mode. Check. Klick, klick. Ja, das waren die ersten drei Kapitel, würde ich sagen, oder? Ja. Kapitel 4 ist das letzte, ne? In dem nicht gleich den Sinne. Kapitel 4 ist das letzte. Das heißt, wir haben dreiviertel abgehakt. Ähm, starten nächste Woche. In Kapitel 4, was auch immer das ist, das verraten wir jetzt noch nicht, oder? Äh, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht. Also, es sei denn, du hast den Let's Play angeguckt, du. Nein, nein, dann müssten wir hier weitergehen. Dass ich mir kein Let's Play angeguckt habe, das sieht man, glaube ich, an meinem Gameplay. Ne, vielleicht bist du einfach noch alt und kannst es nicht mehr. Ja, ich bin von mir selber manchmal überrascht. Okay. Ähm, genau. Wollt ihr Kapitel 4 auch sehen? Gerne ein Abo dalassen. Ansonsten. Mittwochs und Freitags gerne die anderen Formate angucken. Und wir sehen uns dann. Habt eine geile Zeit. Wir sind raus. Ciao. Ciao.